Mach's dir leicht. Mit einem Treppensteiger von Sano. Die Sano Transportgeräte GmbH gehört seit fast 20 Jahren zu den weltweit führenden Anbietern von elektrischen Treppensteigern. Das Angebot reicht von einer leichten und extrem schnellen Treppenkarre bis hin zum Treppensteiger für Lasten bis 330 kg. Durch verschiedenartige Modellvarianten, Schaufeln und Zusatzmodule sind unsere Treppensteiger für nahezu jeden Einsatz gerüstet. Das Problem ist immer das gleiche. Wie bekommt man schweres Gerät, zum Beispiel einen Kopierer, eine Treppe hinauf? Die Antwort bis heute, man besorgt sich viele starke Männer und die müssen dann bei schweißtreibender Arbeit ihre Gesundheit riskieren. Falsch! Das war einmal. Sano bietet eine echte Lösung, den elektrischen Treppensteiger Liftcar. Er ist von nur einer Person leicht zu bedienen und so lassen sich mühelos schwere und unhandliche Lasten bewegen. Für den reibungslosen Transport wird die Ladung mit einem Gurt gesichert. Der effektive Einsatz der Sano-Trettensteiger spart gegenüber der konventionellen Handkarre Kosten und Zeit. Im Gegensatz zu Sackkarren haben sie den handfesten Vorteil, dass die Last nicht nur auf der Ebene, sondern auch über jede Treppe schnell und sicher transportiert werden kann. Durch die Muskulatur und rückenschonenden Eigenschaften unserer Treppensteiger wird ein gesundes Arbeiten nachhaltig gefördert. Selbst schwere Lasten lassen sich mit dem Liftcar mühelos transportieren. Der Beweis? Unsere Darstellerin hier ist kein Profi und sie benutzt den Liftcar zum allerersten Mal. Der Liftcar ist im Handumdrehen einsatzbereit. Das Einsetzen des Schnellwechsel-Akkus erfolgt durch Einsetzen im Haken am Rahmen des Liftcar. Den Akku mit leichtem Schwung vorwärts drücken, der Akku klickt ein. Jetzt wird der Hauptschalter am Akku betätigt und der Liftcar wird mit Energie versorgt. Für den Betrieb wird der Liftcar am Taster eingeschaltet. Eine LED-Leuchte zeigt die Betriebsbereitschaft an. Mit dem Geschwindigkeitsschalter kann zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit gewählt werden. Dieser Taster regelt die Arbeitsrichtung, Treppauf oder Treppab. Die gleiche Funktion hat ein weiterer Taster auf der anderen Seite des Griffes. So ist eine optimale Bedienung gewährleistet. Durch Lösen des Klemmhebels am Griffoberteil kann die optimale Griffposition eingestellt werden. Das in der Neigung stufenlos verstellbare Griffoberteil hilft Ihnen, die Schwerpunktlage beim Transport über die Stufen zu optimieren und so ein ausbalanciertes Steigverhalten zu finden. Zusätzlich kann durch völliges Zuklappen des Griffteiles die Verstauhöhe des Gerätes reduziert werden. Die elektrischen Treppensteiger der Baureihe Liftcar HD sind die ideale Lösung zum Transport für besonders schwere Lasten bis 330 kg über alle Arten von Treppen mit einer maximalen Stufenhöhe von 21 cm. Dieser Heizkessel lässt sich trotz des sehr hohen Eigengewichts spielend von einer Person über die Treppe manövrieren. Egal ob Heizkessel, Schaltschränke, Getränkeautomaten, Spielautomaten, schwere Kistenstapel, Speicherbehälter, Kopierer und vieles mehr, der Liftcar HD ist Ihr perfekter Partner für alle Treppentransporte. Beim Einschalten des Liftcar HD wird die vollautomatische Bremse aktiviert. Die Bremse erkennt die Stufenkante und verhindert das ungewollte Weiterrollen des Liftcar. So ist der Transport stets sicher und die Unfallgefahr minimiert. Ein umfangreiches Zubehörsortiment optimiert den Liftcar für jeden Einsatzbereich. Alle Anbauteile lassen sich im Handumdrehen befestigen. Mit dieser Aufsteckschaufel können besonders schwere Lasten komfortabel und im aufrechten Zustand auf der Ebene bewegt werden, ohne das Gerät ständig gekippt zu halten. So kann die Ladung, wie dieser schwere Heizkessel, nach dem Transport über die Treppe mühelos abgestellt und weitergeschoben werden. Besonders verwinkelte und enge Treppenaufgänge lassen sich mit dem wendigen Liftcar HD und selbst schwerer Ladung einfach und problemlos bewältigen. Das Fahrgestell und die Steigmechanik sind besonders bodenschonend konstruiert. So hinterlassen auch schwere Lasten selbst auf Holztreppen und anderen empfindlichen Oberflächen keine bleibenden Spuren. Die elektrischen Treppensteiger der Baureihe Liftcar SAL bewegen Lasten bis zu einem Gewicht von 170 kg. Mit einem Eigengewicht von ca. 16 kg sind sie extrem leicht. Außerdem sind sie sehr schnell und schaffen bis zu 48 Stufen in der Minute. Nach Betätigen des Aufwärts-Tasters zieht sich der Liftcar SAL selbstständig auf die höher liegende Stufe. Er ist ideal für den Transport von Parkettschleifmaschinen, Umzugskartons, Getränkekisten, Waschmaschinen und viele mehr. Selbst in verwinkelten Ecken und auf der engsten Wendeltreppe arbeitet der Liftcar SAL zuverlässig und effektiv. Für das Befördern von Lastentrepp abwärts ist lediglich ein Knopfdruck nötig. Die LED-Leuchte blinkt grün und der Schwingarm mit Stützrädern bewegt sich automatisch zur Abwärtsposition. Der Motor wirkt nun wie eine Wirbelstrombremse und man fährt die Last ohne Poltern und sicher gebremst hinunter. Egal für welchen Liftcar Sie sich entscheiden, die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Liftcar bringt eine erhebliche Arbeitserleichterung. Er gewährleistet ein hohes Maß an Arbeitssicherheit, führt zur Senkung der Kosten und sorgt für ein rückenschonendes Arbeiten. Der Liftcar von Sano. Mach's dir leicht. Sch grabs P euros. ... ... ... ...